Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Video geht es um das konkrete Handwerkszeug für die Beteiligung aller Anwesenden in der Live Online Lehre. Also was kann man tun, damit alle ihren Fokus im Meeting halten können und sich aktiv einbringen können und das Ganze interessant finden. Wie das konkret geht, zeigt Ihnen jetzt meine Kollegin Karin Kullmer. Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen Beteiligung mit Sichtkontakt, mit internen Tools, also Funktionen, die das jeweilige Videokonferenzsystem direkt bietet und mit externen Tools, die zum Beispiel frei im Internet verfügbar sind. Schauen wir uns mal an, welche Möglichkeiten es gibt, die mit Sichtkontakt umgesetzt werden können. Das Verwenden von Handzeichen ermöglicht einen nonverbalen Austausch, der den Sprachkanal entlasten kann. Man kann zum Beispiel Handzeichen vereinbaren, um sich zu Wort zu melden, anderen zuzustimmen oder ein Signal an die Sprecherin zu senden, zum Beispiel bitte lauter sprechen. Beispiele für Handzeichen finden Sie unter diesem Link als PDF-Download. Ähnlich funktionieren auch die Moderationskarten. Da gibt es vorgefertigte Kärtchen, die man sich ausdrucken kann, zum Beispiel um Zustimmung zu signalisieren, auf Störgeräusche hinzuweisen und so weiter. Unter diesem Link kann man die Kärtchen herunterladen. Ein Tipp dazu für Moderatorinnen und Moderatoren, einigen Sie sich schon vorab mit den Teilnehmerinnen auf einige wenige Kärtchen. So behalten Sie nämlich später leichter den Überblick. Eine weitere Möglichkeit für die Beteiligung per Sichtkontakt ist die manuelle Höhenangabe. Ich frage zum Beispiel meine Teilnehmerinnen, wie viel Vorerfahrung sie schon haben. Handhoch heißt viel Vorerfahrung, Handtief eher weniger. Für die Post-it-Methode brauchen alle Teilnehmerinnen farbige Post-its. Die Moderation bittet zuerst alle Teilnehmerinnen, ihre Webcam mit dem Post-it abzukleben. Dann wird eine Frage gestellt, zum Beispiel wer hat schon einmal selbst eine Online-Veranstaltung moderiert. Alle, die diese Frage mit Ja beantworten, nehmen ihr Post-it ab und werden damit für alle sichtbar. Man kann jetzt noch die Frage diskutieren und wenn man fertig ist, das Post-it wieder ankleben und zur nächsten Frage weitergehen. Kommen wir als nächstes zu den Beteiligungsmöglichkeiten mit internen Tools. Programme wie zum Beispiel Webex, Zoom oder Microsoft Teams haben oft standardmäßig Kommunikationsmöglichkeiten integriert. Bei den meisten Videokonferenz-Tools gibt es eine Chat-Funktion, mit der man Nachrichten an alle oder nur an einzelne Teilnehmerinnen senden kann. Das eignet sich zum Beispiel für Abstimmungen oder um Links zu sammeln. Oft kann dann der Chat im Nachhinein als Chat-Tool Export-Protokoll exportiert werden. Mit einem integrierten Umfrage-Tool kann man zum Beispiel einfache Ja-Nein-Abstimmungen oder auch Multiple-Choice-Umfragen durchführen. Auch eine Möglichkeit den eigenen Bildschirm zu teilen, ist bei den meisten Videokonferenz-Tools enthalten. Genauso wie auch ein Whiteboard, auf das alle Teilnehmerinnen schreiben können. Damit kann man zum Beispiel Wortmeldungen oder Ideen sammeln und clustern. In großen Webinaren ist die Nutzung von sogenannten Breakout-Rooms sehr effektiv. Dabei wird die große Gruppe kurzzeitig in mehrere Kleingruppen aufgeteilt, zum Beispiel um ein Thema auszuarbeiten. Und später kommen dann alle wieder zusammen und besprechen gemeinsam die Ergebnisse. Auch die Status-Icons, die in manchen Systemen angezeigt werden können, kann man als Kommunikationsmittel nutzen. Zum Beispiel, indem man fragt, können wir zum nächsten Punkt weitergehen? Ich bitte um einen Daumen nach oben. Und im Vergleich zur Chat-Funktion hat die Verwendung der Status-Icons den Vorteil, dass man in der Teilnehmerinnenliste dann auf einen Blick sehen kann, ob schon alle abgestimmt haben. Soweit zu den internen Tools. Aber was ist, wenn ich ein Videokonferenz-Tool nutze, bei dem nicht alle Funktionen integriert sind? Dann habe ich die Möglichkeit externe Tools zu nutzen und diese zum Beispiel über einen Link im Chat oder über die Bildschirmfreigabe einzubinden. Umfragen oder Quizzes kann man zum Beispiel mit dem Tool Slido erstellen. Man kann dort auch Fragen von Teilnehmerinnen vorab sammeln oder live sichtbar machen. Mit dem Tool AnswerGarden kann man eine Frage an die Gruppe stellen und die Antworten werden dann in einer großen Wortwolke gesammelt. Um während eines Webinars mitzuschreiben oder Ideen festzuhalten, eignen sich Texteditoren wie zum Beispiel Board.net, EduPad.ch oder CryptPad. Jamboard ist ein Tool, das man als Whiteboard-Ersatz gemeinsam mit den Teilnehmerinnen nutzen kann. Zum Beispiel um, wie hier, gemeinsam ein Format zu planen. Mit Padlet kann man gemeinsam interaktive Boards erstellen und beispielsweise auf einer Landkarte sichtbar machen, wo sich die einzelnen Personen befinden. Und als Ersatz für Breakout Rooms kann man einzelne Gruppen in Microsoft Teams anlegen, in denen sich die Teilnehmerinnen während einer Gruppenarbeit untereinander austauschen können. Das war also ein Überblick über die Werkzeuge zur Kooperation und Beteiligung in Live-Online-Veranstaltungen. Diese Werkzeuge sind online noch wichtiger als in Präsenz, weil es ja online viel mehr Ablenkungspotenzial gibt. Mit einer gut geplanten, engmaschigen Beteiligung helfen Sie Ihren Teilnehmern dabei auch in Online-Veranstaltungen den Fokus zu halten. Selbstm recherche ist da zu sparen wie Gerichte-Mailer da auch und haben keine Probleme gemacht. Ihr geht, die positiviststen mit anderen allí und zeigen uns nicht nur, Sägeber banking durch gering und Wälder zu überlangen und öffnen Sie sich bereit als Man reinventiert selbst den gesamten Daleistas mit Diept auf dieagerhalb, Ayan pathways bacteria mit Politik möglich trouveren sich AG gibtagua-Perents 해도 stück wiran das Beteiligung auscience. Untertitelung des ZDF, 2020